Ja, moin moin, willkommen hier aus dem hohen Norden. Schön, dass du wieder reinschaust. Heute habe ich ein kleines Video mit zwei Bruchgleichungen zu lösen. Und diese Bruchgleichungen beziehen sich auf ein Video, sozusagen auf dieses Hauptvideo. Da habe ich so ein bisschen erklärt, was für Bruchgleichungen gibt es, was für Typen. Ein bisschen, nicht alle möglichen Typen, aber so die gängigen, wo gibt es ein paar Unterschiede. Und da geht es auch um Lösungsansatz. Was müsste ich tun, um diese Aufgaben zu lösen? Und jetzt wollen wir uns aber zwei Aufgaben angucken, die wir dann konkret lösen. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Wir fangen einfach an. Ja, hier haben wir eine schöne Bruchgleichung. Wir sehen unsere Variable hier unten im Nenner. Oben haben wir Gott sei Dank im Zähler nur Zahlen. Und was wir hier brauchen, ist ja, wir müssen ja mit dem Hauptnenner multiplizieren. Der Hauptnenner ganz allgemein könnte sein, dieser Term mal dieser Term mal dieser Term. Wenn einem also gar nichts anderes einfallen fällt, oder man auch nicht einen kleineren Hauptnenner findet, der also weniger kompliziert ist, könnte man jetzt also sagen, 1 plus 2x mal 3 plus 6x mal 4 minus x. Wenn ich damit multipliziere, dieses, dieses und dieses, dann kann ich jeweils den Nenner immer wegkürzen. Und es bleibt dann eben natürlich noch was stehen. Ich kann immer einen von diesen drei Termen hier wegkürzen. Die anderen beiden bleiben stehen. Was könnte man eventuell aber noch vorher machen? Man könnte eventuell hier noch eine 3 ausklammern. Und zwar würde das Ganze dann so aussehen. Dreimal. Und dann bleibt hier nur noch 1 plus 2x übrig. Und das kommt ja hier auch schon mal vor. Und daher wäre dieser Ausdruck hier ein bisschen leichter. Wir hätten also einen Hauptnenner, der ein bisschen einfacher wäre als der. Das bedeutet, ich müsste hier nicht mit diesem ganzen Term multiplizieren, sondern ich könnte auch sagen, einfach nur mal 3. Und hätte dann meinen Hauptnenner. Warum? Zack, das schreibe ich jetzt mal da so ein bisschen hin. Warum reicht das? Weil dieser Ausdruck 1 plus 2x, der kommt hier und hier vor. Den brauche ich nur einmal hier in meinem Hauptnenner unterbringen. Das bedeutet konkret, damit multipliziere ich jetzt einmal. Und dann habe ich hier 2 durch 1 plus 2x mal und jetzt diesen Hauptnenner. Ich schreibe die 3 mal an den Anfang. Dann kommt 1 plus 2x und da kommt hier minus x. So, gleich. Jetzt der Ausdruck 9 durch 3 plus 6x. Und auch da wieder mal 3, 1 plus 2x mal 4 minus x. Ich kann natürlich jetzt auch hier sofort anstatt 3 plus 2x das hinschreiben, was ich hier gemacht habe. Also ich habe ja hier die 3 ausgeklammert. Und dann habe ich hier 1 plus 2x. Das ist vielleicht ein bisschen besser noch. Und am Ende minus 1 durch 4 minus x. Na, hoffentlich kriege ich das hier noch drauf auf dem Bildschirm. Dann hier auch wieder mal, na, da brauche ich keine Klammer, mal 3, Klammer auf, 1 plus 2x. Und 4 minus x geht gerade noch so drauf. So, jetzt kann ich kürzen und zwar immer komplett diesen Nenner mit diesem Term. Hier 3 kürzlich und auch 1 plus 2x, 1 plus 2x und hier hinten 4 minus x, 4 minus x. Und du siehst, es bleibt immer ein bisschen was übrig. Und zwar haben wir hier 2, die 2 mal 3. Die 3 bleibt auch übrig und hinten 4 minus x gleich. Hier haben wir die 9 und die 3 ist weg. 1 plus 2x ist weg. Hier bleibt jetzt nur noch 4 minus x übrig. Das ist doch schon mal schön. Dann minus. Hier haben wir die 1. Die schreibe ich jetzt einfach mal hin. 1 mal 3 mal 1 plus 2x. So, das müsste es sein. Man kann natürlich leicht durcheinander kommen. Weil es ist natürlich schon eine ganze Menge Stuff, den man hier aufschreibt. Also ein bisschen Konzentration. Und ruhig nochmal über die Zeile drüber schauen, ob man auch alles hat. So, 2 mal 3 sind 6. Und jetzt multipliziere ich aus. 6 mal 4 und 6 mal minus x sind 24 minus 6x gleich. 9 mal 4 ist 36 minus 9x. 1 mal 3 ist natürlich 3. Und 3 mal 1 minus 3 mal 1 ist minus 3. Und minus 3 mal plus 2x sind minus 6x. Wichtig hier, wenn ihr diese Klammer auflöst mit dem Minus, das nehmt ihr also dazu. Ja, minus 3 mal 1 und minus 3 mal plus 2x. So, das lassen wir hier vorne stehen. 24 minus 6x. Und hier fassen wir zusammen. 36 minus 3 ist 33. Und minus 9 minus 6 sind minus 15x. Die x auf eine Seite. Ich würde sagen, die 15x bringe ich jetzt nach links. Dann bleibt die 24 stehen. Minus 6 plus 15 ist. Ich würde sagen, wir haben dann 9. Und auf der anderen Seite 33. Und jetzt rechne ich noch minus 24. Und dann habe ich jetzt hier 9x gleich. Und das müssten auch 9 sein. Dann teile ich noch einmal durch 9. Und schon bin ich fertig. x gleich 1. So, jetzt könnte man denken, oh, 1 ist die Lösung. Wunderbar, alles cool. Aber wir müssen bei Bruchgleichung noch darauf achten, dass unsere rechnerisch gefundene Lösung hier, also die 1, dass die auch im Definitionsbereich liegt. Ja, was ist der Definitionsbereich? Ich schaue mir mal diese drei Nenner an. Und was darf bei einem Bruch nicht passieren? Der Nenner darf nicht 0 werden. Das bedeutet, wenn ich hier für x zum Beispiel eine minus 0,5 einsetzen würde, dann steht da 1 plus 2 mal minus 0,5 wäre minus 1. 1 minus 1 wäre 0. Und das darf nicht sein. Das heißt, diese minus 0,5 ist nicht im Definitionsbereich dieser Bruchgleichung. Unter anderem auch noch hier, wenn ich hier eine 4 einsetze, setze ich hier eine 4 ein, würde hier 0 stehen. Bei den anderen Brüchen dann nicht. Aber das spielt keine Rolle. Solange es bei einem Bruch unten im Nenner eine 0 ergibt, dann ist diese Zahl nicht im Definitionsbereich. Das heißt, hätte ich jetzt in meiner Lösung eine 4 oder eine minus 0,5 rausbekommen, dann hätte ich zwar rechnerisch alles korrekt gemacht, aber in meiner Lösungsmenge wäre das Ding nicht. Ich würde also dann L Lösungsmenge gleich, in unserem Fall die 1, wunderbar. Hätte ich hier aber jetzt zum Beispiel 4 raus, dann würde ich hier eine leere Menge hinschreiben müssen, weil die 4 dann nicht in meiner Lösungsmenge wäre. Weiter geht es mit dieser Aufgabe. Hier haben wir auch wieder eine schöne Bruchgleichung. Besonderheit hier ist so ein bisschen folgendes. Einmal haben wir hier ein Mal. Das bedeutet, wir können das hier schon mal gleich zusammenfassen. Und wir haben hier so ein Term, den wir noch ein bisschen vereinfachen können. Stichwort binomische Formel. Ich sage nur mal a minus b in Klammern zum Quadrat gleich a Quadrat minus 2 mal a mal b plus b Quadrat. Stichwort zweite binomische Formel. Hier sollte da ein Plus stehen, steht hier auch ein Plus. Das wären dann erste und zweite binomische Formel. Ich kann diesen Term jetzt vereinfachen und zwar x minus 4 in Klammern zum Quadrat. Das zu sehen, wie ich jetzt hier raus diesen Term machen kann, das zu sehen ist natürlich eine Schwierigkeit für sich. Das verstehe ich. Aber vielleicht, wenn die Aufgaben ein bisschen leichter sind, könnt ihr mal gucken, ob hier raus die Wurzel und davon die Hälfte, ob das dieselbe Zahl ist. Wenn also oder falls also die Wurzel hiervon 4 und die Hälfte hiervon auch 4, wenn das passt, dann könnt ihr diese Zahl hier hinschreiben. Gesetzt den Fall, dass vor dem x Quadrat also nur auch eine 1 steht, wie das hier gerade ist. Ja, und auch kein Minus, also plus 1. Wenn das so ist, x Quadrat und dann habt ihr hier zwei Zahlen. Einmal die Zahl vor dem x, das sogenannte e bei der pQ-Formel. Und hier hinten die Zahl, guckt einfach, Wurzel von 16 ist 4, Hälfte von 8 ist 4. Oh, dann passt das. Dann könnt ihr das praktisch so hinschreiben. Heißt für mich, ich schreibe hier erstmal hin, 4 durch. Und jetzt Klammer auf, x minus 4 zum Quadrat gleich. Und hier multipliziere ich jetzt die beiden Brüche. Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Einmal 1 ist 1. Und unten, ja, x mal x minus 4. Da löse ich jetzt nicht die Klammer auf. Ich mache jetzt also nicht x mal x, x mal. Das will ich nicht, weil das bringt mich hier nicht weiter. Und daran denken, hier schön bei dem Quadrat. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als x minus 4 mal x minus 4. Denn wenn ich jetzt den Hauptnenner suche, also mal Hauptnenner, gucke ich mir an, was steht hier unten. Ich könnte also theoretisch beide Hauptnenner hier aufschreiben. Also ich könnte sagen, okay, ich multipliziere jetzt mit x minus 4 Quadrat mal x mal x minus 4. Aber da das hier ja doppelt vorkommt, brauche ich das auch nicht doppelt aufschreiben. Guck mir also nur an, was für verschiedene Terme stehen hier unten. Und da sehe ich, okay, ich habe also x minus 4. Das kommt zum Quadrat vor. Das muss ich also haben. Ich habe ein x, muss ich auch haben, dieses x. Da geht nicht das x in der Klammer übrigens. Das muss als alleiniger Faktor hier irgendwo stehen. Und dann brauche ich aber nicht nochmal x minus 4 aufschreiben. Weil das habe ich praktisch hier drinnen schon stehen. Denn das bedeutet ja x minus 4 mal x minus 4. So, multipliziere ich jetzt also mit diesem Term. Dann habe ich hier 4 durch x minus 4 in Klammern zum Quadrat mal und hier auch x minus 4 zum Quadrat mal x gleich 1 durch x mal x minus 4 mal x minus 4 mal. So, was habe ich eigentlich für eine Stimme? So, mal x. Konzentration, Andreas. Das bedeutet jetzt, ich kann das komplett wegkürzen und ich kann hier das x wegkürzen und einmal x minus 4. Das heißt, da bleibt es noch einmal stehen. Heißt, hier habe ich jetzt 4x gleich 1 mal x minus 4. So müsste das passen. Ein mal x minus 4 ist halt nur x minus 4. Kann ich also so stehen lassen. Jetzt rechne ich minus x, dann habe ich hier 4x minus 1x ist 3x gleich minus 4 und dann teile ich durch 3. Dann habe ich x gleich minus 4 Drittel. Das ist jetzt hier rechnerisch meine gefundene Lösung. Und jetzt muss ich natürlich noch gucken, ist diese Zahl auch im Definitionsbereich? Was war der Definitionsbereich nochmal? Ich darf eine Sache nicht haben und das ist, ich darf nicht im Nenner, in irgendeinem dieser Nenner, darf ich keine Null stehen haben. Also, wenn ich für x irgendeine Zahl ansetze, darf da aber nicht insgesamt null rauskommen. Diese Zahl wäre dann keine Lösung. Was habe ich hier? Hier sehe ich, dass mein Definitionsbereich, alle Zahlen sind außer, also alle Zahlen, ich sage mal, alle reellen Zahlen, für dich jetzt erstmal reicht es, wenn du weißt, reelle Zahlen sind für dich jetzt alle Zahlen. Es sind zwar nicht alle Zahlen, aber für dich alle Zahlen kann ich einsetzen, außer, ja, so ein Backslash. Wenn ich die Null einsetze, dann würde hier eine Null stehen, das darf nicht sein, also muss ich diese Zahl ausschließen. Die darf nicht in der Lösung vorkommen. Die 4 aber auch nicht. Weil wenn ich hier eine 4 einsetze für dieses x, dann habe ich hier eine Null. Hier dann zwar nicht, aber hier. Und hier sehen wir auch, wenn ich da eine 4 einsetze, ist das Ganze Null. Also Null und 4 müsste ich ausschließen aus meinem Definitionsbereich. Hätte ich Null oder 4 hier raus, dann hätte ich eine leere Lösungsmenge. Aber die in diesem Fall ist meine Lösungsmenge minus 4 Drittel. Und alles ist gut. Ich kann das hinschreiben. Ich habe meine Lösung gefunden. Wunderbar. Tja, das war's mit diesen beiden Aufgaben. Tschüss, bis zum nächsten.